Norddeutscher Rundfunk 2021 Schön sind ihr wieder mit dabei. Wir sind hier bei Delta Möbel. Jetzt läuft unser grosse Sommersail. Mit 30-65% auf gekennzeichnete Ausstellungsstücke. So, wir sollten wieder. Ich finde es so bequem auf unserem Sommerreit. Ich bleibe abgehen. Wir auch. Für mich ist es zwar schon eine Weile her, aber mit so einem tollen Bürotisch hätten sich meine Hausaufgaben doch fast von alleine erledigt. Kommt doch mit euren Kindern vorbei und findet den passenden Bürotisch oder Bürostuhl passend zum Schulanfang. Wir haben auf viele lagrende Gartenmöbel 35% Rabatt. Gell Monika? Genau. Lassen Sie sich doch fachberaten. In unserer Gartenausstellung tut Monika Stocker. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Tschüss! Wie jeden Pferde. Tschüss! Tschüss! Vielen Dank.